BISAG Küchenbau, V-Zug und L-Bau präsentieren den Top-Pod und wünschen einen guten. Recht herzlich willkommen zu der heutigen Kochsendung Top-Pod. Heute gibt es Jakobsmuscheln im Giorizzo-Mantel, dazu gibt es eine Peperonade und ein wunderbarer Risotto mit Safran und Vino Teg Gran Reserva aus Winterthur hat uns einen wunderbaren spanischen Wieswied dazu empfohlen und mein heutiger Gast ist schon da, das ist der Ralf von Niederhausen, du bist Küchenchef im Juicy Restaurant und Palabra Bar in Amriswil. Herzlich willkommen. Grüeziwoll. Schön, dass du da bist. Wollen wir gleich loslassen? Unbedingt. Was hast du gesagt, du kannst mit einem Risotto wagen? Fangen wir an. Möchtest du da oder da den Risotto? Das ist gut. Das ist schon gut. Das ist gut. Bei der Granate brauche ich weniger Platz. Voila. Dann würden wir anfangen mit ein wenig Olivenöl rein, sobald es ein bisschen warm ist. Nicht zu heiß werden lassen. So Olivenöl. Ja, das ist glaube ich noch ein bisschen wichtig. Jawohl. Und einmal die Zwiebeln, die wir zuerst anziehen und den Knobli. Sobald es noch ein bisschen baum ist. Der geht auch recht schnell mit Induktion. Jawohl. Richtig. So. Dann anfangen. So. Ja. Ja. Dann fangen wir aus in den Rest. Und Palavra. Kann man dann Palavra da drin? Oder was? Ja. Ist doch so gemeint, gell? Ganz lang. Richtig. Dann kommt noch ein Knobli rein. So. So. Ja. Jetzt frühe. Dass er nicht verbrennt. Mhm. Ja. Ja. Dann haben wir nachher den Garnaroli Risotto. Das ist ein Acquarello Risotto. Mhm. Fein. Italienisch fein. Ja gut. Jawohl. Es ist fast wie ein Vollkornrisotto, weil er den Keimlingen wieder zurück ins Korn rein. Und darum ist er sehr hochwertig. So. So. Geh noch ein bisschen zurück, damit das Tier hier verbrennt. So. Dann müssen wir den auch ebenfalls glasig anziehen. So. Dann müssen wir den Safran dazu geben. Ja. Jetzt hast du hier zum Beispiel die Safran Fäden, hm? Jawohl. Wir haben da ein bisschen Fäden. So. Jetzt ist ja, glaube ich, es ist auch wichtig beim Risotto zum Zustand, wie du mal sagst, schön glasig anzudünschen, gell? Genau. Dass es wirklich ein bisschen aufgeht und dass Stärke rauskommt, gell? Genau. Dass es wirklich einen schönen Glanz hat. Sobald er da hat, kann man mit dem Eis wie ablöschen. So. Aber auch Risotto. Es gibt so wenige Leute, die das nicht gerne haben. Der Risotto hat schon viele Leute gerne, gell? Ja. Es ist auch ein fantastisches Gericht auf jeden Fall. Dann höre ich jetzt hier den Hühner vorne, den wir gemacht haben. Den kann ich so auffüllen, dass es knapp bedeckt ist. Weil es noch gut im Rühren, ständig gut pflegen natürlich. Dann können wir jetzt schon nebenbei laufen lassen. Ja. Dann nehme ich die zwei Peponi. So. Rot und Gel. So. So schöne Farben. Ja, das darfst du da drauf. Das ist der Fisch. Ja, gut. Super. So. 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 Das gehört auch zu euren Spezialitäten, die ihr macht. Das haben wir momentan auf der Karte, richtig? Schön, oder? So. 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 Du kannst den Wein holen, oder? Sehr schön. Das klingt gut. Ja, es ist ein schöner. Der heisst Remordimiento. Remordimiento. Wirklich etwas Schönes. Das schmeckt auch fein. Der Risotto wird wunderbar. Ist ein Bio-Wi. Und ist vegan. So, blablabla. Ja, er ist eben nicht geklärt mit tierischen Hilfsmitteln. Jawohl. Mit Eiweiss oder wirklich. Und das ist, gerade für vegane und heutzutage vegane Leute, ist das schon noch ein wichtiges Thema, dass auch der Wein vegan ist. Grundsätzlich grosses Thema momentan. Ja, aber es ist nicht Hysterie, aber es ist schon ein Thema. Ich habe dann hier Ob, wenn du willst. Perfekt, super. Jetzt sind wir wieder gleich mit dem Olivenöl. Nicht, dass es sei es wird. Die geschnittenen Zwiebeln, die wir dazu nehmen. Aber koche schön, dein Risotto. Schön. Nein, nein. Der Wein, glaubst du nicht, ist ein weisser und hat sogar einen Barrigausbau. Ja, wirklich ganz etwas Feines. Wie hast du ihn gesehen? So. Dann lassen wir aber gleich noch... Du kannst schon anziehen. Darf ich jetzt machen? Dann lassen wir noch ein paar Sekunden schnappen. Das ist dann schon schab, bis zu einem Barrigausbau. So, dann lassen wir die Zwiebeln schön anziehen. Ja. Sobald wir die Zwiebeln auch etwas glasig haben, tun wir einfach die Bohnen rein, tun sie auch noch etwas kurz. Aber gibst du keine Barbe? Nein. Nicht extrem. Danke vielmals. Von dem Wein gibt es natürlich auch Roten. Genau, Aldo. Das wäre dann der Remordimiento Tinto. Eigentlich fast gleich. Aber das ist eine Assemblage mit Tempranillo, Gira, Sauvignon, Petit Verdun. Dann hat er eine andere Traubensorte drin. Also eben der Rote von diesem ist eine Assemblage. Und jetzt probieren wir schnell. Super, danke schön. Zum Wohle. Schön, dass du hier bist. Danke dafür. Das sehe ich auf jeden Fall. Uff, das kommt gut in der Nase. Schöne Frucht. Frisch. Merkst du, wenn es im Mund drin ist? Wow. Sehr gut. Jetzt lassen wir den Risotto schön. Ja, ist gut. Wunderbar. Perfekt, so. Sind wir soweit. Ja, okay. Dann braucht man drei, vier Minuten. Dann gehen wir jetzt noch einmal rüber. Ja, genau. Dann gehen wir hier rüber, so eine Sparflamme. So. Oh, ja. Fertig machen. Jetzt haben wir die Pipponade mit Weizen abgelöscht. Jetzt geben wir noch die Tomatensauce rein. Ja. Ganz normale Tomatensauce, oder? Das Haushöseli, das wir gemacht haben quasi. Mit Zug oder so. Genau. Ja, das ist ja schön. Wenn du so langsam Laubrock hast, kann auch nicht viel passieren, gell? Genau. Das kann man wirklich kurz bevor anrichten noch entfertigen mit dem Parmesan und der Butter. Ich hätte es noch gerne, so die Peperonade. Das ist wirklich etwas Feins, he? Das ist so, richtig. Die Befreien Farben gefällt mir sehr. Und jetzt kommt eigentlich der Höhepunkt. Richtig, genau. Dann hätten wir unsere Jakobsmuschle. Nehmen wir auch hier über den Kandidaten noch ein bisschen einschalten. Dann sehen wir dich gut heute. Wunderbar. Dann nehme ich die Jakobsmuschle an. Das ist jetzt keine komplizierte Sache momentan. Dann hätten wir hier noch die Chorizo in den Streifen geschnitten. So. Dann ist das einfache. Ich bin gespannt. Ich gebe dir das auch. Dann kannst du vielleicht auch das auf dem Brettchen machen. Perfekt. Dankeschön. Dann legen wir die Chorizo auf den Brat. Je nach Grösse der Jakobsmuschle nehmen wir irgendwo zwischen drei bis fünf Stück. Ja, ja. Je nachdem. So. Die rollen wir in den Chorizo, so. Das ist eine einfache Geschichte. Die nehmen wir so einrollen. Damit diese Chorizo auch hält, dann muss man es einfach aufspiessen. Dann mache ich es auf. Dann machen wir eigentlich mehr. Wir machen das. Wir machen es zusammen. Genau richtig. So. Es gibt schon noch einen coolen Geschmack. Der Chorizo ist dann auch noch ein bisschen pikant, oder? Jawohl, man kann einen milden nehmen, einen Piganten würde ich jetzt sehr dazu empfehlen. Ja. Man muss ja nicht gerade jeden Tag essen, aber so mal ein Jakobsmenschli, ist schon fein. Eben auch Saffran, so ein Saffran-Schummsäuschen passt schon noch schön dazu. Wie du auch Saffran-Risotto. Richtig, genau so. Jetzt sind wir das erste Spiessbrat. Lukas, das reicht schon. Gut, alles klar, super. Wichtig ist, dass wir heiße Pfannen haben oder in diesem Fall jetzt die Platte. Ja, das ist ein Teppanyaki oder so, der ist natürlich super guter so, oder? Mach nur. Genau. Mir wurde gelernt, dass man es nicht salzen soll, aber nicht zu stark, wie es schon im Salz hinein lebt. Hopp. Schön geworden jetzt, he? Schön einfach so. Warte, ich nehme noch mal klein. Ein bisschen Flüssigkeit, nehmen wir noch an. Cool. Zuerst probieren wollen. Ja, schön, he? Für die Cremigkeit. Uh. Wenn die Jakobsmuscheln fertig sind, können wir dann... Aber die gehen relativ schnell, oder? Ja, die gehen fix. Ja, wohl richtig. Das ist wirklich darum, auch wirklich scharf anbraten. Das Wichtigste, was wir schon gesagt haben, ist, dass sie nicht durch sind, nicht zu lange drauf lassen. So. So. Dann fangen wir mal an. Ich glaube, sie sind aber noch bald gut. So. 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 So die Goldbräunigung. Ja, schön. So. 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 So, äh, jetzt machen wir der Risotto in etwa noch fertig, wir haben die letzten zwei Minuten mouths Am Schluss geben wir eine schöne Butter rein. Ja, das ist ja schon wichtig. Das sind Geschmacksgeber unter anderem. Die Galerie schauen wir jetzt nicht, aber ich denke einfach so. Das ist der Vorteil an die Jakobsmuscheln. Sie sind ein sehr hochwertiges Protein, praktisch kein Fett drin. Dann können wir das auch ein bisschen mehr im Risotto rein. Wird schon ein bisschen weiter? Können wir gerne rein tun. Das klingt gut. So, perfekt. Dankeschön. Wow. Ja. Was schade um den Fein. Aber man sollte ja das Gericht auch mit gutem... Richtig, genau. So. Aber ich habe ihn noch einmal probiert. Ist das eine Bombe jetzt? Ja. Ein bisschen Luft fällt. Weisst du, weil er im Barrick drin war. So. Uh. So. Zum Schluss noch den Parmesan drunter. Und dann gut rühren. Vor dem Anrichten. Und dann ist... So. Oh, ei, 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 ei. Ja. Ja. Ich habe ja richtig Hunger jetzt rübergeget. Diese guten Geschmack da in dieser Kuchen. Ja. Wunderschöner Risotto, he? So soll es sein, oder? Ja. Schön, fliessend, cremig, jawohl. So. Dann wären wir nachher bereit zum Anrichten. Ich habe heute den Keller schon angetan, wenn du möchtest. Jawohl, sehr gerne. Wir haben ja die Mittagsmenü, das haben wir ja gesagt. Jawohl, richtig. Und diese Normalkarten machen wir auch? Die machen wir auch einmal monatlich an. Und machen die Gerichte saisonal und regional auf der Karte. So ein bisschen, je nach Saison natürlich. Wenn dann langsam im April, Mai dann Spargeln kommen, oder? Richtig, genau, da kommt man nicht drum herum. Ja, ja, ihr, wo ziemlich viel unten sind. So, gut. Soll ich mal abschalten, oder? Ist schon gut? Gut, ich nehme es gleich an die Decke. So, dann nehmen wir ein bisschen. Lass mich mal ein bisschen, das ist gut. Gut, super, danke schön. Ah, so, Ernest, ist auch schön so, oder? So, und vor allem gleich. Schön. Dann kommt dann noch die Abkopfmuschel. Der kommt wirklich schöner so, oder? So. Wie kann man jetzt schauen, dass es auch mit Druck ein bisschen, dass man merkt, dass es ein bisschen Druck ist, gell? Jawohl. Es sollte nicht zu weiben, nicht zu fest durch sein. Äh, ja. Ja, vielleicht wirklich noch weich sein in der Mitte. Ja. Ja, das passt natürlich. Wow. Wow. So, Ula. Jetzt haben wir da noch das eine und andere Körn weg. So, dann haben wir da noch so eine Korallenhüppe als Garnitur gemacht. Was für eine Hüppe? Eine Korallenhüppe haben wir gemacht. Korallenhüppe? Ja. Wie heisst das? Was ist denn das? Es ist eine Öl-Wasser-Mehl-Mischung, die man in der Pfanne braten. Das ist eine reine Garnitur. Man kann noch Farben dazu geben. Aber hat nichts mit Korallen zu tun? Nein, ausser von der O-Dicke, ja genau. Richtig, so, Ula. So, so. Aha. Ja, sieht schon ein bisschen aus wie eine Koralle, ja? So. Und noch etwas für die Farbe. Hast du schon ein bisschen Timian oder was hast du? Richtig, genau so. Ja, ein bisschen. Und ein Touch. So. Boah. Würdest du Witsch das Führerstellen hin? Ja, gerne. Nein, bleib gleich da, kannst du gleich so Führerstellen. Ja, so. So, machen wir da ein bisschen Platz. Eieieiei, Ralf. So. Das sieht aber gut aus, ja. Und schmeckt auch gut. Ja. Ich freue mich, es noch zu probieren. Sehr gut. Herzlichen Dank, hat Spass gemacht. Ich hatte es, danke. Cooles Gericht, riesiges Kompliment. Super. Euch weiterhin viel Erfolg im Juicy-Restaurant und Balaverbar. Danke vielmals. Mit Ihnen gute Gesundheit. Und Ihnen zu Hause, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, viel Vergnügen mit Nachdenzubereiten von dem wunderschönen Gericht von Ralf. Danke vielmals und auf Wiedersehen. Der Top Pot ist Ihnen präsentiert worden von BISAG Küchenbau, V-Zug und L-Bau. Wir wünschen einen guten. Da. 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 Da.